weil es war jetzt echt unnötig jetzt habe ich nur noch 22 viele sogar kann ich gleich vergessen so du musst es echt pilze von ihm müsstest ich pilze vor dem video aufstellen ja wie gesagt die bringen nicht viel der läuft von die bär einmal durch und das war's ja was ist immerhin was und jedes leben kann uns am ende den arsch retten mehr oder weniger die stelle sie genau von dem video weil ich da genau am lieben zu gehen sie zuerst wir gehen seine gleichzeitlichen ja liebe leute ja leute ich kann nichts machen einfach stehen wenn ich das sage gehst du auf die jinks ging es popped ging es jetzt ging es ging es ging es utilizar Oh, ist ja so schön eine Kill gewesen. Oh, Nidalee! Dankeschön! Oh, komm, mein! Mein, nein, 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 nein! Oh, sorry. Das ist halt, wenn ich so eine Angriffsgeschwindigkeit habe, da... Ne, ich brauch auf jeden Fall jetzt viel, ich mach nichts mehr. Meine AP sind echt gut, wenn ich... Nein, nicht kenne. Ich denke mal, der ist ja bald wieder aufgebaut. Ich hab auch gleich meinen Full Equip, also ist er nicht. Vorsicht hier unten. Nein, ich wurde nicht unter einem Bett, ihr Trottel. Nein, ich wurde nicht unter einem Bett. Was hast du gleich? Ich habe gleich Full Equip. Nein! Oh, nö, jetzt habe ich meinen Feed verbaut. Scheiße. Das war jetzt echt dumm. Und da habe ich meinen Dings falsch gesetzt. Jetzt spiele ich zu. Quill. Nichts, okay. Wann rein. Oh, das wird schwer. So... In 20 Sekunden habe ich wieder mein Feed, das heißt, ich renne da runter. Alles klar bei dir? Hallo? 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 Ihre Stimmen sind die Geistel der Welt? Ohohoh... Ohohoh... Das Todes Licht! Es bringt... Hallo? Oh, ja, jetzt bin ich wieder da. Das ist schön. Dann reifst du jetzt doch mit an, weil das das... Ooohhohohoh... Ich höre die schon an, das ist verdammt leise. Besser? Ja, besser. Was war denn los? Äh, ja, ich muss hier etwas klären. Okay, die tun mir gerade ernsthaft jeden Killklau und ich krieg nichts mehr hin gerade mit Schubert. Oh, jetzt aber, komm, bitte. Ich hab ihn gefressen in der Luft. Alter, ich hab gerade so mein Fressen gekriegt und hab ihn in der Luft aufgegessen. Ich hab ihn in der Luft aufgegessen. Oh mein Gott, ey. So gehört sich das. Jetzt sollten wir ja echt pushen, weil nur noch Kragas da ist. Ja, das war aber gerade echt zu Ding. Du schweißt ihn hoch und wachst einfach nur das Maul auf und isst ihn. So können wir jetzt pushen. Ohne Minions pushen wir jetzt gleich. Sobald ich durchgerannt bin. Ja, ich komm gleich mit rein. Ne, jetzt wollen wir nicht mehr pushen, jetzt sind sie alle wieder da. Nö, ich zweifel noch. Ja, aber... Ich bin übrigens voll equipped jetzt. Ich brauch noch meinen Feed. Nö, 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 nö. Ich hab 300 Farmen. Passt. ein verbündeter wurde getötet oh mein gott scheiße ja so ist gestorben ich hab fünf fehl ich hab sechs fehl Ich würde da weggehen, glaube ich. Shogart, groß. Guck mal kurz den Baron und guck mal kurz mich an. Guck mal kurz den Baron Baron an. Ja, ja, das ist übrigens krass. Oh, oh, sie haben mich entdeckt. Oh, oh, sie haben mich entdeckt. Sie haben mich entdeckt. Warte, ich bin hier auch gerade am Anschluss. Jax und Nita verfolgen mich auf jeden Fall. Jinx kommt auch gerade. Komm her. Ich beiße. Ich beiße zuerst. Ja, genau. Ja, okay, gut. Komm her, komm her, warte, warte, warte. Wir sind noch zwei. Ich habe jetzt einen Anschluss. Okay, da kommt Jax, los, komm. Jax, Jax, Jax. So schön will ich mich verstecken kann im Gebüsch. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich, lass mich. Lute. Jam, 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 jam. Ich liebe Joghat. Mhhh. Das ist ein Geil, darf ich empfinden. Okay, los, jetzt machen wir los. Wir haben zwei gewuscht. Du seid die Geist-Schläge der Wind. Nein, war das. Puff, Alter, hau neben dir. Oh, es geht, ich haue. Oh, 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 oh. Alter, nein, wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Power hat. Ach, Mann. Na, passt schon. Einer meiner Angriffsgeschwindigkeit ist aber auch mal mega low. Ich habe nichts an Angriffsgeschwindigkeit. Ich bin nur unter einem Prozent. Schlecht. Ja, warum schlecht? Ich schaue gerade mal, was ich sonst was zu holen kann mit Chugat. Ich, ähm. Oh. Abklingzeitverringerung. Ich glaube, ich hole mir mal was anderes. Ich hole mir mal nachschlosen Zahn. Das heißt, ich habe jetzt, äh, 600... Ich habe jetzt, äh, zwar meine, meine Rüstung verloren und ein bisschen Leben. Aber ich habe jetzt 600 APs. Ich habe jetzt 1,25... Fang, ich muss mal kurz weg. Kurz. Ja. Kurz ist ok. Nimm, 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 nimm! Wer die Dunkelheit? So. Na Jax. Du alter Haudegen. Wo ist er denn hier hin? Ah, der Volk ist gerade weg. Das heißt, wir kümmern uns hier ein bisschen um das Spiel. Ah, das Jax. Ich werde ihnen entstretten. Ja, ich versuche noch ein bisschen was zu fressen. Abgegenzeit haben wir ja jetzt ganz gut. Wir müssen jetzt eigentlich... Abgegenzeit haben wir jetzt... 20%? 30%? Äh, 30% auch. So, kleinen Moment noch, gleich geht's los. Ah, das ist der Jax. Hm, ich würde den auch gern fressen. Ich würde den Jax so gern fressen. Ihre Stimmen sind die Geistel der Welt. Ich würde ihn so gern fressen. Ich würde ihn so gern fressen. Und jetzt einmal. Der Gegner wurde getöntet. Nein, nein, oooh. Schade. Ah, ich habe die Jax gefressen. Das ist okay. Gegnerische Doppeltötung. Jetzt ist bloß... Äh, Yasu ist wo? Der ist da unten. Kommt grad weg. Wolke ist ja gerade nicht da. Hier, der ist wichtiger, der ist wichtiger. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so dumm von ihm. Das wollte ich mir jetzt... Das fein ist, dass der Wolke gerade nicht da hat. Mega scheiße. Das ist natürlich jetzt, glaube ich, sogar fast unser Engel. Naja, der Wolke ist noch neu dabei. Der wird das irgendwann nochmal raffen, das Spiel. Hoffe ich. So, Yasu stellt sich da jetzt gerade im Blick. Das ist sehr gut. Ich komme auch gleich wieder. 200 Sekunden. Oh, oh, komm jetzt. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Ja, der geht, oh, 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 oh. Na, da bin, äh, und? Oh, Alter, war das geil. Die haben die gemacht gerade. Das war jetzt wirklich nice. Jetzt fresse ich was. fressen ich weiß nicht ob die ersten hier vollküppert die rd hd 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 hat es aber es ist ja ne warte mal ganz kurz es hat sie noch verkauft Last Whisper brauchst du und was brauchst du noch? Static ist ja doch Static, genau. Static Stitch. Ja, es ist wirklich gerade, ich muss sagen, dass er gerade weg ist. Okay, ich muss da hinten aufpassen. Boah, da wird Bollibear. So, jetzt muss ich hinten aufpassen. Bestimmen sind die Geistel der Welt. Ja, ich weiß aber, ich muss euch auch noch was machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann doch nicht alleine. Ich kann doch nicht alleine, ich kann doch nicht vergessen, ich kann nicht machen, das ist doch nichts. Ich könnte jetzt reinrennen, aber das könnte auch nicht. Ja, das war klar. Was sollte ich denn bitte gegen drei Leute machen? Beziehungsweise was ich gegen drei Leute mache?